Scheiß Krähen, hä? Dich geh' ich auch! So. Jetzt brauch ich wieder ne Fee. Alter! Ich brauch' ne Fee. Moa! Klasse! Ein Absturz! Juhu! Ja gut, neu laden. Blood Game. Bestand 1. Hier sind wir. Ja, dann gehen wir einfach mal zurück, sag' ich, und den Weg dann nach oben rechts weiter. Keine Lust, dass wir noch mal da unter den Kirchenpfad kommen. Oh, halt, wir müssen hier lang. Da oben rechts müssen wir lang. Da oben rechts müssen wir lang. Hallo? Kommst du mal? So, abhauen. Nein! Boah, knapp. So, hier speichere ich jetzt noch mal. So. Geschafft. Und... Nein. Nein. Alter. Ey. Hörst du auf? Das sind die... Das sind die... Kristalle. Ein Herzteil. Drittes Herzteil gefunden. Das wird sofort gespeichert. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Parallel-Turm? Aber das... Das sah doch aus wie der Parallel-Turm, oder? Es steht jetzt sogar Parallel-Turm da und da muss ich rein. Ich kann ja nichts machen. Oh, Mann. Ich glaube, das ist ein Fehl. Das... Kannst du nicht sein, oder? Aber aus irgendeinem Grund habe ich hier einen Schlüssel. Steht eins. Und wie rette ich den? Wisst ihr was? Wir gehen nochmal zurück und lesen uns das durch. Alter. Was da in den Schriften war. Und zu welchem wir zuerst gehen sollten. Scheiße. Ich glaube, wir müssen uns eine neue Vieh suchen. Aua. Nein. So, hier sind wir, glaube ich, rausgekommen. Das müssten jetzt Impass-Wege sein. Ja. So, wo kommen wir jetzt hin? So, ich weiß es nicht. War hier schon der Ausgang? Hier war ein Ausgang. Gehen wir einfach mal rein. Also, raus. Wo sind wir denn jetzt? Versteckte Ruinen direkt runter. Da will ich aber nicht wirklich hin. Und wo kommen wir dann als nächstes hin? Nein. Wir sind jetzt, ähm... Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind doch da unten, sind wir nochmal rein... Oder da hinten sind wir nochmal reingegangen. Und dann waren wir wieder am Anfang, oder? Ups. Ups. Also. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder am Anfang. Ja, Schlossgebiet. Suchen wir uns eine Fee. Ups. Wollte ich eigentlich nicht. So, da hinten sind wir runter. Genau. So, ich will mir erst eine Fee fangen. Wenn wir eine gefunden haben. Und dann, äh... Danach suchen wir uns Herzen. Beziehungsweise Feen, um uns zu heilen. Eine Fee. Ja, in Flasche einsperren. Geil. 12 auf einen Streich mit dem magischen Puder. So. Komm schon, da werden doch... Ich krieg doch wohl noch hier irgendwo ein paar Herzen oder eine Fee. Ich glaub, einer dürfte uns schon reichen, oder? Wir haben ja noch vier Herzen. Händlerzelt. Oh, geht's! Und nachartisan. Und nachartisan. geht doch hat mir etwas gedauert hat er mir gerade eine Bombe geklaut und gefressen so ein Arschloch so gleich geht mir die magische Energie aus und deshalb wo wir eigentlich nur die Hälfte verbrauchen ein Herz kommt schon das doch sicher irgendwas für mich zum droppen oder ich glaube ich gehe einfach aber wo bin ich hergekommen was hier oder hier unten klasse da haben wir uns eine Fee gefangen nur um dann wieder um sie dann gleich wieder zu benutzen wenigstens ein Herz schenkt er uns so wo kommen wir denn da jetzt in Eiswald wollen wir da hin ich glaube schon wo sind wir jetzt Dorffried ah Dorffriedhof ja okay das geht auch jetzt ich hätte gerne eine Fee eine Fee bitte jetzt habe ich wieder keine Magie und jetzt wenn ihr Fee bitte wieder keine ach manno au kann es doch nicht sein au sauber ach zumindest ein herz so hier müssen wir runter hey moment mal bei meinem haus auf diese seite gab es doch ein feenbrunnen oder da gehen wir jetzt davon abgesehen dass es auch noch dass wir hier ja auch noch weiter und dass wir hier auch noch hin müssen um zu erfahren wo wir als erstes hingehen sollten hier ein feenbrunnen eine in flasche einsperren eine fressen wir noch so jetzt schauen wir noch mal was steht da ich glaube ich habe alle dann schon zu dieser welt gefunden die namen der dungeons entsprechen denen der sieben weisen aus ocarina of times rauhut in einem versiegelten tempel in der nähe der seeruinen ja er zeigte zack zack hier lebt im wald nun durch ein einfach genug alle wissen wo das ist schick ist eine jaja zu beginn schlage ich vor geht zuerst zu rauhruhe zu ruinen ok rauhruhe zu ruinen und wo war der brau ruht in einem versiegelten tempel in der nähe der seeruinen ok seeruinen das war doch und mal hallo jetzt hat die seeruinen waren doch hier links oder das hier gehen wir doch mal hin zack zack so speichern wir am besten gleich mal speichern so so jetzt müssen wir dann gleich wieder schritten fahren halt der hat einen großen magietrank so der war echt geil der magietrank den haben wir gebrauchen können eisiger strand ist das und wo kommen wir jetzt hier da müssten die seeruinen sein seeruinen können wir noch schnell den vogel da ja der dann speichern wir auch schon mal dass wir hier sind soll also irgendwo hier müssen wir jahrus tempel finden das da könnte ja sein hmm was sonst noch vor allem wie kommt man da hoch halt da steht da ist ein schild seeruinen viele eingänge keine ausgänge was soll das heißen ja rubine so und wir uns fehlen drei herzen würde ich gern versuchen wieder zu kriegen wir haben ja jetzt wieder eine volle magieleiste jetzt haben wir schon da ist das zweite so hier ist absolut gar nichts ist hier was drunter nein da ist ein eingang komm schon irgendwo werde ich doch noch ein herz verkriegen oder ja da ein herz so schauen wir mal was wir hier finden mister reise brunnen willst du etwas hineinwerfen item werfen was du werfen willst und drücke die y-taste äh ich habe keine ahnung zum glück haben wir am anfang gespeichert wenn es also was schlimmes ist werfen wir mal die bomben gehen nicht geht auch nicht ach Moment mal ups und jetzt ne fe- hallo hast du das geworfen äh ja bist du aufrichtig ich mag dich ich gebe dir etwas besseres etwas besseres das ist das erdmeer da ja dieses item hat einen geheimen effekt auf deiner magie dieser wird aktiv sobald du es in deinem sitz hast ich hätte die bomben werfen sollen ich will ich lade ich lade nochmal laut game das kann es echt nicht sein äh ne 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 das magische puder das ist eins meiner lieblings items hier das wird nicht das wird nicht weggeworfen das war ein bisschen aus Versehen scheiße ich nein nach rechts schon so eine viel wäre jetzt recht ja herzen sind auch recht viel besser leider nicht so ich speichere jetzt noch mal hier safe game was passiert wenn ich nichts du es nicht was du es nicht so was passiert wenn wir jetzt bomben hineinwerfen ja es wird uns wieder geben was passiert wenn die bomben reinwerfen hier wirst du wieder wirst nicht noch einmal was heißt es war die pude wird getauscht oder was okay dann versuchen wir es noch mal tauschen das schon mal was das erdmärchen macht dem werfen wo ist es denn hier magisches puder ja so es gibt uns etwas besseres das erdmärchen also also ja 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 ja